Bei Billfinger gibt es sehr viele multidisziplinäre Projekte, die durchgeführt werden und jedes Projekt bereitet einem natürlich auch eine große Genugtuung, wenn es dann zum Schluss zur Zufriedenheit des Kunden gelöst ist. Wir bieten dem Kunden über alle Engineeringphasen ein breites Spektrum, angefangen vom Consulting über Basic und Detail Engineering bis letztendlich dem Bau und der Inbetriebnahme der Anlage. Generell kann sich bei Billfinger jeder, der es möchte, weiterentwickeln. Die Möglichkeiten, die Billfinger hier bietet, sind sehr umfassend.